Wer ist da? Wer ist da? Achso, guck mal nicht um deinen eigenen Kram. Hatte eh keinen Sinn zu schleichen. Der Feuerfeil ist ideal, um einzelne Gegner aus der Gruppe zu pullen. Nee, aber greifen da nicht alle an. Kommt der andere Kollege jetzt auch? Scheiß Gestrüpp. Ja natürlich kommt der andere auch, ich seh ihn doch schon stehen. Ich brauch aber nur einen von euch. Hast du mich ja fast getroffen, Mensch. Komm jetzt beide? Ja natürlich. Sollen wir der zweite Kollege schon mal weg? Hör auf zu sprinten. Zieh ein. Warum darf er das? Warum kann ich das nicht? Ich hab das Gefühl, die einzige Möglichkeit, wie ich gegen ihn gewinnen kann, ist meine komische Schläge hier aufzuladen und dann natürlich auch in eine andere Richtung zu schlagen. Und manchmal blockt er die einfach. Böde Sau. Hier. Das ist Stahl-Aufschlag. Ist der andere Dull jetzt auch noch hier? Kriegen wir gleich wieder alle Pfeile um die Horn? Ein bisschen Retterschnaps dabei. Das wäre echt toll. Lass mich doch das Schild aufheben. Danke. Ohne Feuerfall wäre es fast unmöglich, die meisten Aux in Gothic 2 Miner schon im Kapitel 2 zu beseitigen. Ja gut. Das mache ich ja nicht. So, jetzt gleich nochmal sterben. Das wärs. Wechsle ich auf den Eisenhut? Ich glaube ja nicht. So, die Kettenhaube gibt noch ein bisschen mehr her. Die Handschuhe halten auch ein bisschen mehr aus. Ich habe tatsächlich eine Birgantina. Ich kann mich jetzt einfach auch besser rüsten für den nächsten Kampf. Der Kot Hardy, den kann ich auch noch unterziehen. Ja Mensch, alles mehr Schutz. Schutz vor Dingen. So, was haben wir hier noch? Das Familienerbstück ist auch zu schwer. Da noch Schild. Gesperrt von Michel. Und dann ist es auch schon wieder geschehen um meine Belastbarkeit. Was packe ich denn hier noch weg? Ja, sind halt auch nur 6 Kilo hier, ne? Na, war fast. Hier noch das Pferdeleder und dann ist mir schon sehr gut geholfen. Ich dachte gerade, ich hätte das weggeschmissen, aber das war nur eine Leiche über die ich gestolpert bin. Gab das eigentlich eine Fähigkeit? Ich glaube, ich habe vorhin schon geguckt. Nö. Es ist gefühlt der fünfte Typ gegeben, ich kämpfe, ne? So ein schöner Plappenhandschuh sieht doch schon viel angenehmer aus. So. Hast du dich wieder hingelegt? Ist doch er da. Na, geht doch. Haben wir das auch mal gesehen. Gegen ihn zu kämpfen wäre wahrscheinlich schon wieder die tollsten Versprecher hier. Ringeblumenaufguss ist dankbar und ein Silberring. Gleich das nächste Geschenk für Theresa. Erstmal mache ich wieder auf überlastet und knacke diese Truhe. Dann gebe ich wieder Bescheid, dass ich den Stein habe. Dann kaufe ich mir vermutlich mal irgendwo einen Retterschnaps und speichere das schnell ab, bevor mich wieder irgendwelche Bauerntrampeln erledigen. Ja. Oder ist hier vielleicht noch ein Schnaps dabei? Zumindest keiner, der mich abspeichern lässt. Blumen, alles nehmen. Danke. Der will ich mal wieder beim Spawn beobachtet. Das passiert ja in diesem Stream öfter. Ist das eine Erleichterung, dass die jetzt doch wieder gegenüber sind? So, dann reite ich vielleicht diesmal absichtlich wieder Querfeld ein, damit mich auf den Wegen nicht davon abhält, diese Quest jetzt auch mal so halbwegs abzugeben. Fällt mir tatsächlich ein kleiner Stein vom Herzen gerade. Wäre schön, wenn jetzt in Sasor jemand Schussübungen macht, irgendwie schlecht zielt und ich jetzt einfach einen Random Headshot kriege. Das wäre toll. Wie das Speichern hatte ich mir damals einen Mod geholt. Die Idee fand ich zwar cool, aber in der Praxis mit kleinen Kindern, wo man nur kurz am Stück spielen kann. Ja, okay. Ja, okay. Verstehe ich schon. Ich unterstütze es nicht, aber ich verstehe es. Das begrenzt, speichern halt doof. Also theoretisch kann man schlafen gehen, um zu speichern. Schlafen gehen, speichern. Sage ich jetzt mal ganz dreist. So, ich wollte, ich müsste mal meine Kleidung hier wieder weg damit. Braune Steppjacke kann man behalten. Ich liebe meinen Finger schon wieder nicht. Das passiert zu häufig in letzter Zeit. So, die Bunthaube kann weg. Der Helm kann weg. Ich trage vielleicht jetzt mal in Zivil einfach die Jagdhandschuhe. Dafür kommen die... Oder Kotadi sieht gar nicht so mistig aus. Ich glaube, den behalte ich einfach mal an. Gefällt mir ganz gut. Warum auch immer der Fehlshut als geklaut. Na gut, Leichenschändung halt, ne? So, gut. Das können wir als Zivil gelten lassen. Ja, hier komme ich offensichtlich nicht rein. Wo ist denn hier der Haupteingang, Mensch? Wo ist denn hier der Haupteingang, Mensch? Die ist auch? Ja. Er war respektabel, habe ich gehört. Nimm den Stein und baue ihn ein. Penner. Hat eigentlich gar nicht verdient, aber... Kann doch mal reindrücken. Ich bin zur falschen Tür raus. Ich will so spawnen hier. Oder rennen einmal auf den Block. Ist auch okay. Das Pferd ist auch zumindest zu gebrauchen. Das ist das Timmy unter den Pferden. Der Timmy unter den Pferden. Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. So, jetzt nochmal zum Schneider und richtig viel Kohle sinnlos hinblättern. Diesmal vielleicht ein bisschen weniger. Als beim letzten Mal. Da habe ich ja sinnlos viel Sachen repariert. Die ich auch gar nicht trage. Zum Schmied könnte ich dann vielleicht auch mal für die Sachen, die noch im Pferd... Ja gut, dann komme ich natürlich wieder auf die selbe Menge. Angeroschen. Der Schneider ist noch einmal komplett durchs Dorf durch. Weiß gar nicht, was damals die Stadt definiert hat. Wahrscheinlich einfach Stadtmauer, oder? Das ist ja also eigentlich ein Dorf. Hier war doch schon das Schneiderschild. Ja, aber schon nach vorne. Nee. Das ist ein Lebensmittelladen. Da vorne ist die Schere. Ich hatte beim letzten Mal aus irgendwelchen Gründen gehofft, dass das ein Friseur ist. Weil ich sehe auch immer in anderen Streams, dass Leute irgendwie ein Schnauzbad haben. Irgendwo muss man sich noch Frisuren machen lassen können. Damit habe ich tatsächlich noch nie zu tun, seit ich dieses Spiel habe. So, reparieren nochmal mein Shit. Schneider Ambross. Glück und Gesundheit. Gott über dich wachen. War ich gerade bei Reparatur? Ich habe schon wieder einen Schnitt hier. Nochmal. So, die trage ich. Also wähle ich sie aus. Du machst das ja wahrscheinlich auch gleich sauber im gleichen Atemzug, oder? Warum gehört denn meine Beinlingsklamotte hier nicht zu? Habe ich die vergessen anzuziehen? Ich tue das mal hier zur Not mit rein. Auf jeden Fall. Ach ne, da sind die beiden Dinge. Das ist einfach trotzdem fast so teuer wie neu kaufen. Geil. Wir sehen mal wieder... Schön, dass sie nicht mal sauber haben. Gut, der hat ja... Die Handschuhe waren natürlich nicht dabei. Die muss ich wahrscheinlich beim Rüstungsdully neu machen. Warum verkaufe ich meine Sachen eigentlich nicht gleich? Noch einmal zum Gefährten bitte. Und dann... Die Bunthaube sollten hier vielleicht nicht rein. Eine Kettenhaube kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja, das war gelogen. Hey. Habe ich was vergessen? Was ich dich eigentlich mal fragen wollte. Ja? Hau raus. Ich hab' das. Ich hab' das. Wie stehst du zu Ellenring? Ich äh... ...habe Spaß daran, Leuten zuzusehen, aber ich bin... ...kein Freund von Souls-Likes. Außer von Star Wars, Jedi Fallen Order und Co, weil es eben Star Wars ist. Aber ansonsten bin ich da überhaupt nicht bei. Das tut mir leid. So, ich guck' nochmal, ob ich hier vielleicht... Erstmal sollte ich das Ding vielleicht anziehen. Ne, ich hab' das schwarze Ding nämlich repariert. Da brauche ich das Rote nicht mehr. Frisur und Bart kannst du ein Badehaus ändern, habe ich beim Brümchen gesehen. Oh, das ist nett. Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich da vielleicht nochmal vorbeischauen. Schlappen. Ja, komm, weg damit. Ich hab' ja die Steppjacke. So, das kann jetzt hier alles weg. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht... Ich tu' eine Bunthaube wieder zurück. Eine Kettenhaube habe ich, glaube ich, im Pferd gelassen. Da wird ja wohl nicht alles als gestohlen. Ansehen, oder? Also Warenkorb prüfen. Die schwarze hole ich mal wieder zurück. Und jetzt hoffe ich nochmal, dass ich mit Plus rausgehe. Das sieht wie gestohlene Ware aus. Die kaufe ich nicht. Ich muss sowieso nach Ratai. Aber, äh... Ich möchte nämlich eine 6er-RPG-Runde organisieren in Ellenring. Ja, davon habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Aber da muss ich leider passen. Aber ich würde mich freuen, da zuzusehen, wenn du die streamst. Falls du die streamst. Ich würde sie mir auf jeden Fall visuell zu Gemüte führen. Ich bin zu überladen, um mich auf mein Pferd zu setzen. Aber Hauptsache, ich kann einfach alles in das Pferd reinschopfen und mich dran drauf setzen. Und für den Horn... ...Strauchbogen bin ich wahrscheinlich zu schwach. Ich kann meinen Rustikalen tragen. Würde mich nicht wundern. Ja, fix. Aber erst einmal brauche ich die passenden Leute. Ja, ich, äh... Ich kenne nur noch einen Streamer, der mit Ellenring zu tun hat. Aber ich glaube, der muss das DS hier erstmal werden. Bevor der da noch irgendwas macht. Keine Ahnung. Also welche... Die auch ein bisschen RPG wollen. Ja... Aber, äh... Mit Souls-Like-Wurst kannst du mich jagen. Jetzt muss ich das alles wieder da rein stopfen. Ach komm. Ich hätte eine Haube. Bis ich bei Pesek bin. Und noch eine bunte Haube. Irgendein gestohlenen Objekt, man. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist mein Pferd voll. Ich mach... Ich mach's jetzt... Ich geh auf Risiko. Ich reiht jetzt nach Ratai. Wo ist Ratai? Ratai ist... A. Damit ich da Sachen verkaufen kann. Aber quer fällt ein diesmal. Ich weiß, dass ich zwar an dieser einen Mühle wieder übers Wasser muss, aber... ein Wildschwein-Jagd-Gebiet ist auch nicht schlecht für Ratai, das kann ich mir mal vermerken. Es wird bestimmt wieder ein... einen Jagd-Stream kommen, mit dem ich nichts gebacken kriege. Weil ich dann wahrscheinlich durch die Wildschweine sterbe oder so. Witzig übrigens, dass man bei der Hasenjagd mit Hans doch selber noch den Hinweis gibt, dass man Wildschweine mit Speeren jagt. Und ich glaube, es gibt aber gar nicht die Mechaniken, mit einem Speer zu jagen, ne? Ja genau, hier kam das Problem auf mit dreckigen Bauern. Ich bin aber auch doppelt und dreifach jetzt überladen. Das ist ein Überfall, wäre sehr viel verheerender mittlerweile. Das ist auf jeden Fall querfett ein genug, um nicht überfallen zu werden. Da hinten kommt ja vor allem schon wieder der nächste Fluss, ne? Das da vorne ist ja gerade mal eine Detschko. Wo wir gerade bei einer 6er-RPG-Runde sind sie vor allem durch. Ich glaube, also... Wenn du die 6 Leute hast, wird die nächste Schwierigkeit ja auch noch immer... einen Tag zu finden oder einen Zeitpunkt zu finden, wenn man immer Zeit hat, ne? Das wird auch noch eine spaßige Angelegenheit, glaube ich. Am besten mich entdeckt jetzt noch eine Wache. Hey, du hast doch da geklaute Sachen, oder? Da hätte ich jetzt noch richtig Lust drauf. Das wärs. Das... Ist das Letschko? Ja. So, da ist der Klötze-Bogenschieß-Typ. Ich glaube, das werde ich aber nicht nochmal machen. Einmal reicht mir. Aber diese Aktivität wird halt nie wieder vom Quest-Log verschwinden, weil man sie halt unendlich aufmachen kann. Das habe ich sogar mal gegoogelt, weil es mich echt gestört hat. Dass so manche Daueraktivitäten für ewig, auf ewig niedergeschrieben sind, anstatt dass man... Anstatt dass mir das Spiel einfach zugesteht, dass ich weiß, wo es sich befindet. Die Aktivität. Das kratzt wirklich an meinem Hirn manchmal, wenn gewisse Sachen nicht weggehen von der Anzeige. Da, da, schmeißt mich mein Pferd schon wieder fast ab hier. Ich habe echt den Drang, wieder die Zeit aufzuholen Pferd. Also mach mal nicht schlapp hier. Wo bin ich denn überhaupt? Ja, Gott. Ich bin ja schon an meinem richtigen Überweg. Da vorne ist die Brücke. Perfekt. Da kann ich meinen ganzen Schund jetzt gleich loswerden. Und Geschenke verteilen vor allem. Dann kommt wieder eine Quest, von der ich mich ablenken lasse. So, ich hole jetzt erstmal wieder alles aus dem Pferd raus. Wenn Quest sollen gehen, weg du müssen nach dem Turnier. Ne, die Quest meine ich gar nicht. Vor allem, die wurde heute noch gar nicht angezeigt, ne? Verrückt. So, kann ich jetzt hier mal alles ins Inventar, alles rein da. Ich hoffe, ich kann wenigstens noch Schritte gehen. Gerade noch so. Beste Gesundheit. Ich gehe jetzt erstmal in den Schlaf, Lörk. Vielen Dank für den Lörk. Vor allem, du hat mich gefreut, dass du hier reingeschaut hast. Und ich wünsche dir eine höchst angenehme Nachtruhe. Oh, da gibt es auch noch was. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Ich brauche keinen Zimmerer. Hey. Kannst hier ruhig mal einen ganzen Satz ausdenken. Also, er war schon Satz, aber einen netten Satz. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Mach's durch! So, verkaufen. Hier auf jeden Fall eine Bart-Axt. Rein da. Gut, wie gesagt, den konnte ich nicht tragen. Perl auch weg. Das alte Familienerbstück konnte weg, weil ich habe ja schwer das Heiligen Michael. So, und um die Rüstung ging es hier eigentlich. Braune Steppjacke, 1, 1, 1. Oh, da ist der Garmin so wahrscheinlich am Ende sehr viel besser. 3, 3, 3, ja. Der ist halt ein bisschen kaputt. Aber dann kommt die Steppacke jetzt noch weg. Verzeihung. Die Bunthaube auf jeden Fall auch. Das sieht ein bisschen lachhaft aus. Ich bleib mal bei dunklerem Kriegsgewand. Der Eisenhut kann weg, weil ich habe da noch... Was anderes. Ich habe Schulterplatten, deswegen brauche ich die Armschützer nicht. Perigantine behalte ich auf jeden Fall auch. Oh, da fehlt Supi. Ich wüsste nicht, was ich damit will. Sehr gut, aber ich kann immer noch nicht laufen. Hier, gucke mal. Glaskelch sind doch nur Wertgegenstände, oder? Venetianisches Glas von der Insel Murano. Für seine Kristall gleiche Reinheit bekannt. Ja, nur Wertgegenstände. Wunderbar. Stoff wahrscheinlich auch, oder? Gewitter damals Stoff, ich weiß nicht. Aber die Altarkerzen, Glaskelch, das kann alles weg. Hilft aber noch lange nicht. Um wieder gehen zu können. Einfach schon 1,3k. Ich verkaufe das erstmal. Okay. Dann können wir den Kollegen hier mal anziehen. Da sieht er auch gar nicht so verkehrt aus. Dann kann ich diese Sachen wieder in das Pferd stopfen. Ziehe ich die Brigantine vielleicht an? Ja doch. Komm, alles was keine Platte ist, tragen wir jetzt einfach. Und keine Kette natürlich. Ja gut, das Schwert kann natürlich auch wieder weg. Das wird auch einiges an Gewicht machen. Aber wie kommt denn das jetzt zustande? Sind das schon wieder nur die sieben Hände, oder was? Ich hoffe die einfach auch. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. So, nochmal verkaufen. Oh, ich habe hier noch einen Silberkech übersehen. Eine Schaufel brauche ich glaube ich auch nicht. Schafsleder. Die werde ich ja wohl nicht bei einem Bauern von der Weile geklaut haben. Unde Leder. Na gut, das macht einiges an Gewicht. Und gibt sogar nochmal 50 Groschen. Dann ist es ja auch nicht so der Verlust. Wird gesagt. Jetzt lass doch mal mit dir reden, Mensch. Ich bin angesprochen und bekomme Stats. Schön. Ich will nur was... Ich habe dir etwas mitgebracht. ...loswerden. Nimm dies. Oh, wie schön. Danke. Passt auch noch komischerweise. Will ich den Ring auch gleich loswerden? Ach, nee. Ich hoffe, das Spiel lässt mich auch noch irgendwann mal hier vorbeireiten, wenn ich nicht gerade irgendwie den Zeitdruck meines Lebens habe. Eigentlich müsste ich ja immer mich um dieses Lager kümmern, aber ich brauche auf jeden Fall auch noch mehr Heimlichkeit dafür. Diese komischen Streuner da gerade, die den Moldawit gestohlen haben und den Händler umgelegt haben. Die haben ja wirklich jeden Schritt gehört. Eigentlich müsste ich da, wo ich lesen gelernt habe, ich müsste da noch irgendwen finden, der mir nochmal kumanisch beibringen kann. oder was auch immer die sprechen. Also kumanisch ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ungarisch? Sind das Ungarn? Ich hörte, du hast Weilmora. Oh. Bist du mit deiner Köchin zufrieden, Meister Hagen? Zufrieden? Es ist der reinste Albtraum. Was ist denn los? Ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. Kochen kann sie ja. Ihr Essen ist vorzüglich. Aber ihre Geschichten... Geschichten? Predigten trifft es er. Über die Versuchung des Mammons, wie Jesus die Händler aus dem Tempel verbannte und dergleichen. Und Pater Franziskus hier, Pater Franziskus da. Zweifellos war dieser Mann ein Heiliger mit endloser Geduld. Aber sie kann kochen und das ist die Hauptsache. Ja, du wolltest eine Köchin. Die Forellen schmort sie in Wein und Gewürzen. Zugegeben, sie sind eines Königs würdig. Und sie erledigt auch den Haushalt. Hoffentlich verliert sie mit der Zeit das Interesse an ihren Predigten. Ja, so jung ist sie ja nicht mehr gewesen. Das hört bestimmt bald auf. Gut, dass du einigermaßen zufrieden bist. Leb wohl, leb wohl. Eigentlich bin ich eine gierige Sau, aber wir haben unseren Leuten Arbeit verschafft. Das muss uns Lohn genug sein. Und eigentlich bin ich für Wein hier gewesen. Herrin Stefanie von Thallenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig? Exquisite Gewürze aus Arabien? Oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. Nicht ganz so teuer wie du geauft hast, wa? Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis. Für den morgigen Bohnenschieß. Ach nee. Doch nicht Sachen, die ich nicht kann. Mist. Wohl. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Das stimmt günstig. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Hast du wenigstens irgendwie was Tolles zu kaufen? Brötchen. Verkauft einfach die gekochten Forellen von der Köchin oder was? Das ist echt schön. Auch gut mitgedacht eigentlich. 200 Groschen für den Retterschnaps. Ich glaube es hackt. Schön mitgedacht, dass du im Handelsinventar schon vorsehen kannst, wie die Waffe aussieht. Oder das Rüstungsstück eben. Gut, aber hier wollen wir nichts mehr. Du drückst scheinbar Wasser und keine Kacke. Gut. Zum Bogenschießwettbewerb also. Das kann ja nur gut gehen. Hat die beim ersten Mal ja schon so gut funktioniert. Ich erinnere mich daran, wie ich einfach nicht schoss. Und dann ging Hans verlor. Wir haben ja mittlerweile auch neun... Halt! Ich muss dich durchsuchen! Neun Würfel! Nein! Habe ich noch irgendwas Gestohlenes? Auch bitte nicht! Da ist Blut dran, das könnte irgendwie auch zum Nachteil sein. Ich habe gar nichts Gestohlenes dabei! Haha! Moment, habe ich das Gestohlenes an? Was denn? Und sei froh, dass dir nichts Schlimmeres blüht. Jetzt darfst du hinein. Was denn? Ich hab nichts gestohlen. Ich hab... Ist mir Geld abhanden gekommen? Nee, auch nicht. Ring ist da. Im Pferd ist auch noch alles drin. Was für gestohlen? Mistkopf. Mann, Mann, Mann. Die Wachen waren auch schon mal besser. Jetzt sagt er mir, das Bogenturnier ist aber nicht heute, oder was? Gott sei mit dir. Selber. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Ja. Schmerzhaft musste ich lernen. Gut. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Mach's gut. Scheiße. Darf ich jetzt losballern direkt, oder was? Oh ja. ich habe noch nicht mal diese anzeige irgendwann verstanden das sah gut aus mitten ins schwarze das war nicht so tolle der alte rauch gegen den alten verlieren oder gar nicht so gegen zu lenken ist glaube ich am schlauesten ich stelle mich gerade gar nicht so kacke an das ist ein guter treffer die frage ist ob es am ende reicht wenn man nicht gegen lenkt ist gar nicht so schwer dass ich das in meinem dritten durchlauf erst schicke aber das waren alle pfeile bitte schießt nicht mehr gut voll toll dass die npcs mitmachen und ich auch abwarten muss bis sie fertig sind das habe ich wohl gewonnen das ist voller triumph tja wird gelaufen gratulation an den sieger und hier wie versprochen ein fässchen des feinsten weines der provinz und auch noch bogen gelevelte menschen es darauf sauf ich erst mal ein wein jetzt ist meine frage will ich hier noch irgendwas erledigen wer kenne ich nicht ich will ich bin ich laden ich habe angst dass ich mich verdrück ich wollte eigentlich nur gucken ob ich um abgespeichert wurde ich habe mich darauf geachtet ob da unten das speichersymbol stand ach herrje jetzt bitte einfach nicht überfallen werden naturbusche freigeschein den naturbuschen natürlich auch vorhin als gegen diese tage die wir da gekämpft hat mir auch nicht viel gebracht auch in diesem stream noch nicht einmal was zum scale gekriegt frechert eigentlich gut ich bin ja immer noch komplett am anfang es geht jetzt um das pferd aus neuhof oder u-schütze ja sind die u-schützer stellen ja gut und dann muss ich aber noch 24 stunden tot schlagen dass ich das diadem abholen kann ich glaube ich auch schon ein paar mal gemacht hier neue hof mit u-schütze zu verwechseln das wäre ein bisschen nahe an ratei dran haben sie mittlerweile eigentlich was aufgebaut oder ist immer noch alles niedergebrannt und abgestochen also zumindest die pferdekadaver können sie doch wegräumen oder komm sage ich pferdekadaver rasten mein pferd aus ich wollte in teilen berg nur was verkaufen will was mache hier schon wieder wieder da willkommen zurück gold gold hier noch mal vorbei die scheuen sind immer noch nicht repariert worden eigentlich können sie hier zimmer gebrauchen ich muss hier sowieso zurück ich kann auf den rückweg fragen da ich ja noch einen tag warten muss habe ich ja danach genug zeit wie spät haben wir es denn eigentlich es wird zumindest schon mal abend ach hier war doch die straße wo es nicht weiter ging ich habe mal wieder komplett richtig gelaufen da ist niemand noch niemand irgendwann wird hier schon mal jemand sein und irgendwann müsste ich mich auch mal um die banditen kümmern die da auch in den neuhof sind ne da kann ich eine quest von bernhard bekommen eine aktivität quasi kann ich denen da zumindest ein paar ohren abschneiden und dafür geld kassieren wie der quer fährt ein garantiert zumindest eine geringere chance überfallen zu werden da finden uns glaube ich auch schon wieder auf richtigem pfade oder da oben ist c ja genau ich wäre gespannt wir haben ja für die buchschitzer stelle kraft wird zurückgeholt das ist ja auch schon einige zeit her da haben wir ein köhler das genick gebrochen versehentlich ob denn kraften dieses pferdes bitte springe doch aus dem bach heraus man peddels danke man peddels ist das kommando auf das es höher springt zumindest scheint mir so das fährt doch direkt wieder raus aber man kann am horizont glaube ich schon die stelle erkennen oder ist das nur ein gemeines haus am wegesrand es ist nur ein gemeines haus am wegesrand na klasse aber hier die felder kann man glaube ich zumindest weit genug einsehen um nicht überfallen zu werden ja das sieht ganz gut aus hier werde ich nicht so leicht überrascht und wieder wäre ein pfeil aus dem nichts in den schädel jetzt perfekt wieder mal mann 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 wie konnte ich denn die paar blöcke da hinten schon als die unschitzer stelle identifizieren vor allem jetzt bin ich schon wieder hier ne ich war doch erst für die ketzer hier also rede ich besser nicht mit gotwin das war deren haus oder wo ich die belauscht habe kann gut sein so wie ich das fertig drehen so müsste ich ja eigentlich auch schon mal reiten level 100 kriegen und wieder zertrampeln wir frisch gepflügte felder so wie es sich gehört das tut mir mit ihr reden ach nicht von niedriger position ich verstehe ich suche den hiesigen stallmeister du hast ihn gefunden was kann ich für dich tun herren stefanie von thallenberg schickt mich sie sagt du hast dir ein pferd für sie ja richtig kämmerer dietrich sagte dass jemand vorbeikommt der hengst ist hier aber ist schwierig dieses mistviech lässt sich ohne weiteres einen sattel auflegen und ist an der leine lammfromm doch sobald du aufsitzt dreht es völlig durch das pferd soll zur hochzeit einer edelfrau vorgeführt werden es wäre kaum angebracht wenn es mitten im fest seinen reiter abwirft was schlägst du also vor frag am besten willibald aus irgendeinem grund hört der gaul auf ihn dann nimm ihn mit dietrich hat alles vorbereitet ich kannte den stallmeister doch schon warum habe ich ihn denn gesucht das ist ja schon eine weile her ja wirklich bei allen heiligen ich wollte schon mein zeug zusammenpacken hätte ich eine tochter würde ich sie dir zur frau geben danke danke gern geschehen pass nächstes mal besser auf werde ich wahrscheinlich hat er jetzt zu gut aufgepasst ich hörte du kommst gut mit dem pferd zurecht das alle anderen abwirft ja so ist es wohl und wie machst du das wie beruhigst du das tier ich bin gut zu ihm hör zu willibald die herrin von thallenberg schickt mich du musst mir sagen wie man den hengst beruhigt herrin stefanie du kennst sie also sie ist ein guter mensch hat schon mal mit mir geredet ich kenne sie auch und zu mir ist sie auch freundlich hilfst du mir mit dem pferd du musst ihm sein lieblings nicht vorsingen und wie geht dieses lied unter unserem apfelbaum zwei röster grasen zu weilen das eine geschickt das andere braun welches soll ich ihr zeigen den fragst du ja wen fragst du meiner liebsten rufe ich dir zu das ist interessant ich weiß das ist komisch aber er mag es hab dank willibald ich finde das irgendwie immer besonders bei npcs irgendwie herzerwärmt wenn die sich über banale sachen freuen herrin stefanie ist ein guter mensch sie hat schon mal mit mir geredet in real life würde es mich nicht jucken ich bin ganz ehrlich wo ist denn das pferd ach da ja gut rutschimmel so singe er na junge soll ich singe du wärst das erste pferd dem ich ein ständchen singe unter unserem apfelbaum zwei röster grasen zu weilen das leid bei euch auch so oder sieht so aus was soll ich jetzt zeigen wem fragst du ja wem fragst du meiner liebsten rufe ich dir zu und willst du mich noch abwerfen er trägt sich irgendwie nicht mit reitgeräuschen komisch gut ich muss das pferd eh direkt nach teilenberg bringen am besten ich renne mich in die hauptwest hinein das wäre ungünstig hat das eine ausdauer ist ja wahnsinn da könnte sich pebbles mal was abgucken wurde eigentlich für sattel auch bezahlt und zaub zeug das wurde doch eigentlich nicht bestellt oder nur das pferd aber solange sich keiner beschwert ziehen wir es halt ab können ja einen boten hinter mir her schicken dann möge ich aber bitte auf pebbles erscheinen damit ich irgendwie von haut und stelle komme ah hier sind wir hier haben wir ganz mal befreit das ist ja hier war das? oh man ja da hätte ich ja eigentlich auch jemand aus teilenberg holen können ne? oh das wäre eigentlich spannend ob das ginge ob man quasi Hans da angebunden findet dann nach teilenberg reitet und vielleicht nochmal Robert ist da glaube ich der Herr Alva ja ja dann einfach mal Robert fragt ob er auch nochmal seine legion dahin schicken kann ja 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 wenn wir ein paar kumanen Ziegenficker nennen ja ich habe das gefühl ich werde den Eingang wieder nicht finden aber schön dass wir hier mal die ganzen Örtlichkeiten kennen lernen dann das war auf jeden Fall am Holzwall müsste der Weg nach oben sein da können wir so laut pfeifen dass man's anscheinend auch wieder bis nach U-Schitze hört Denn da steht unser Pferd ja noch. Pebbles. Wurde ich gerade gefragt, ob ich übergeschnappt bin. Dann kann ich dir sagen, ja. Ist das für eine Cutscene? Das wäre Wahnsinn. Nee. Okay. Der Dialog wurde einfach abgebrochen. Und das Pferd wurde geparkt. Dann eile ich nochmal geschwind nach... Nicht nach Sasau. Eigentlich wollte ich jetzt wieder nach Ratai, ne? Egal. Ich werde jetzt nach Sasau und da einfach bis zum nächsten Tag pennen. Oder bis zum nächsten Abend. Der Rest ist ja quasi erledigt. Ich hoffe, durch die ganze Reiterei ist der Weinchen mit meinem Inventar ausgekippt. Das wäre es ja noch. Und alle hopp. Über den Zaun. Ich bin hier doch schon mal durchgeritten. Was erzähle ich denn? Ich wollte mich gerade fragen, wie weit es wo ist. Ich muss auf jeden Fall nochmal dafür sorgen, dass ich in Samo Pesch nicht den komischen Banditen da über den Weg renne. Bin kurz da. Sammy, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du kurz reinschaust. Freut mich sehr. Und dann auch wieder eine gute Nacht. Wenn man das denn so wünschen darf. Hat mich gefreut, deinen Namen kurz zu lesen. Ja, da merkt man gleich wieder die Qualitäten von dem komischen Rotschimmel. Ich habe jetzt einfach... Drecksvieh. Du brauchst deinen Schlaf. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Und ja, ich brauche meinen Schlaf auf jeden Fall. Aber ich bin ja jetzt auch schon ein wenig der Stream-Abstinenz erlegen. Das muss ich jetzt auch einfach mal ausleben, dass gestern kein Fußballspiel war und es Wochenende ist. So ist es. Und unter der Woche werden sich die Streams ja auch raren, seltener werden. Ich weiß nicht, was da jetzt das perfekte Wort für wäre. Aber ja, so wird es sein. Deswegen die Zeit nutzen, die man hat. Was für Wochenende. Ja, für dich natürlich nicht. Vermute ich mal. Sonst würdest du dich so fragen. Wäre doch super, wenn es Mittwoch wäre. Das wäre der Knaller. Wir Einzelhändler haben erst am Sonntag Wochenende. Ja, aber du wirst ja irgendwann auch ein zweites Mal frei haben, oder? Ja, also Sonntag auf jeden Fall und noch einen anderen Tag, nehme ich mal an. Gut, ich kann hier den Fluss eh einfach weiter reiten. Ich muss den nicht überqueren. Dies ist perfekt. Ihr Bonzen. Ja, schön wär's. Schön wär's. Oh, ein Grab. Heißt doch quasi, ich kann hier bullen, oder? Ich meine, das ist ja bestimmt kein geweihter Boden. Ich muss die Gebeine wieder befreien. Auf dass sie jemand abholte. Und dann einen vernünftigen Ort verfrachten. Denn das hier ist doch nicht heilig. Geht's ihm denn noch gut? Sieht ganz so aus. Hm, ich frag mich, woran er gestorben ist. Aber jetzt ist alles wieder in seiner natürlichen Ordnung. Nehmen wir diese abgehobenen Streamer mit ihren 1000 Euro von ihrem Onlyfans-Accounts. Ja. Ich kann mir nichts Profitaberes vorstellen, als ein Onlyfans-Account von mir. Ich meine, das, was ihr in der Cam seht, ist schon 100% von meinem Körper. Da ist nicht mehr. Ich bin nur so ein... Zwei Schultern und ein Kopf auf einer Platte. Mehr ist da nicht. Ja. Ja. Dein Fuß-Account sagt was anderes. Jetzt fängst du an wie Max mit irgendwelchen Fuß-Zeugs. Das sind... Kannst du keine Menschenfüße von Rinderrufen unterscheiden? Ja. Was wollte ich hier nochmal? Ach ja. Sofern wir Rinderrufe gedacht. Ich verstehe das erste Dings nicht. Egal. Lörg, vielen lieben Dank für deinen Lörg, Sammy. Freut mich, dass du zu so früher oder später Stunde, je nachdem, wie man es auslegen möchte, hier vorbeischaust. So, der komische Gravur-Typ würde mir jetzt natürlich sagen, dass das Diadem noch nicht fertig ist. Aber ich hoffe darauf, dass er mir eine genaue Zeitangabe nochmal gibt. Und nicht nur morgen Abend. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei er. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Wann ist es denn so weit? Mach's gut. Sag's mir doch einfach nochmal. Ich ne, ich... Oh Gott. Kann ich hier pennen? Auf dieser Bank? Ich hab mich so gefreut, dass diese Quest heute nicht aufgetaucht ist. Ich hab das Gefühl, wenn ich mich hier reinlege, würde mich irgendjemand rausprügeln. Eigentlich sollte ich ihn dann dafür erschlagen. Ich kann einfach nur zwölf Stunden warten. Aber sobald Diensbett wollen, schmeißen sie mich raus? Nicht? Doch. Ärgerlich. Oh, so redet man aber nicht mit Kunden. Ich wollte doch mal die Frage beantworten, was ich hier mache. Hm. Essen. Das ist so weit. Verdammt. Ist hier nicht irgendwie... Oh, guck mal. Da vorne ist doch eine Feuerstelle. Aus dem Topf essen. Wunderbar. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Sieht aus wie kunisch. Ich hab immer noch den Blumenstrauß für Klara. Den müsste ich da eigentlich auch nochmal abgeben. Wieder ein Grund, um nach Rad teilzugehen. Ich wollte gerade sagen, Faustkampf ist noch nicht meine höchste, aber ich hab hier noch zwei andere Stats mit fünf. Fünf ist auch schon sehr schlecht, glaube ich, wenn man überlegt, wie lange der Streamy schon wieder läuft. Was ist denn da eigentlich schon wieder für eine Quest markiert? Ach, das Radteil-Turnier natürlich. Also was? Hier gab es doch vorhin... ...Lachergelüste. Ja gut, das ist auf der anderen Seite. Vielleicht kann man das nachts ja noch erledigen hier. Wo ist das nochmal? Ja, gar nicht so weit weg. Ich mein, wer keine Fackel trägt, der kann ja quasi auch nicht gesehen werden, oder? Ach, er ist das auch noch. Das ist ungünstig für dich. Er hat ja gesagt, er schaut immer auf seine Schulter, also brauche ich mit dem Schleichen gar nicht erst versuchen. Einfach damit zufrieden geben, dass er doch gar nicht tot ist. Tja. Was man als ehrenhafter Christ so macht. Ich mein, wir... wir verteilen ja Besitztümer nur gerecht. Fertig um. Er hätte ihn bezahlen sollen. Er hatte Beweise für die Schandtaten des von mir zu soeben Geschädigten. Das ist alles rechtmäßig. Von Ihnen ist persönlich abgesegnet. Wo ist denn der? Angeht der das nachts nur? Oh. Hey. Beste Grüße. Beste Grüße. So. Hier hast du den Beutel des Bauern. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht. Tja, Mensch. Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit. Was hast du noch? Als ich für den Bauern gearbeitet habe, habe ich mich in seinem Markt verguckt. Nur hat sie einen anderen, einen Tuchhändler. Der beschenkt sie. Und dagegen komme ich nicht an. Klaue den Schal, den sie von ihm hat. Was hast du denn mit dem Schal vor? Ich juble ihn wem anders unter und sage dem Tuchhändler, dass sein Liebherzchen seine Geschenke nicht wertschätzt. Er ist eifersüchtig und wird durchdrehen. Requests machen. Das ist so alles verwerflich und passt überhaupt nicht ins Roleplay, aber ich kann es ja annehmen. Was juckt mich das? Ich muss sowas zur Anzeige bringen können, damit ich hier auch fest erledigen kann. mit Ausgang, mit dem ich mich auch wohlfühle. So ein Taschendiebstahl kann ich das Neues gehen. Was gibt es denn hier? Auf Wellenlänge. Gleiche Charisma Stufe. Schutz in der Menge. Na gut, wenn Leute in der Nähe sind, aber erhöht dann wahrscheinlich auch die Chance, entdeckt zu werden oder so. Diebischer Blick enthüllt sofort einen Gegenstand im Inventar des Opfers. Uh. Enthüllt die Werte von der Hälfte der Gegenstände. Okay. Solange dann nehme ich lieber den diebischen Blick 1, weil als ob ich so lange Zeit hätte, mir da die Werte anzugucken. Und die Rachegelüste werde ich jetzt erstmal wieder abwählen, weil ich glaube, ein Schal, da habe ich das nachts bessere Sachen zu tun. So, und jetzt muss ich noch mal so lange warten, ist doch doof. Ich kann mir aber glaube ich gleich mal einen Ringeblumenaufluss reinziehen, bevor ich die Zeit abwarte. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Regeneration. Bücher habe ich leider keine gefunden. Und jetzt hoffe ich ja noch mal, 17.30 Uhr okay ist von der Wartezeit her. Die letzte Stunde dauert natürlich wieder um am längsten. Es sitzt einfach da auf der Bank, ne, also Heinrich hat auch Nerven aus Stahl, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und so viel Hunger hat er gar nicht bekommen. Hab ich denn was? Brot zum Beispiel, das noch nicht vergammelt ist, das ist doch gut. Damit sorgen wir noch mal ein bisschen für weniger Gewicht im Inventar. Perfekt. So, und du sagst mir jetzt hoffentlich, dass dein schon fertig ist. Ey, ey, ey. pass doch auf. Ne, pass du mal auf, ich bin Kunde, ich darf machen, was ich will. Ich hätte mal gucken sollen, wie viel das wert ist. Vielleicht wäre es mir ja, das ist ja wert gewesen, die Quest anders zu erledigen. die Herren von Talenberg ruft. Auf, 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 auf und davon. Oder so. Oder eher auf, auf und hier links. So, jetzt aber. Ich muss, ja gut, ich muss sowieso da lang. Wieso beschwere ich mich? Ich will immer über den Fluss und kürzer laufen, aber dann muss ich sowieso wieder um den Fluss und das führt meistens nur dazu, dass man Umwege läuft. Hier im Kloster vor, wo ist auch nur eine Quest. Das mache ich vielleicht auch irgendwann mal. Vielleicht sollte ich generell die nächsten Male einfach ein bisschen mehr Nebenquests machen, um erstmal ein paar Steps zu sammeln. So, jetzt wird es kritisch. Ich weiß nicht. Ich weiß mal wieder nicht, wann wir zuletzt gespeichert haben. Wark ist dicht. Er war ganz schön gut gerüstet. Zumindest sah er jetzt, war sein, sein Kleidungsstil etwas imposanter. Das können wir bestimmt auch wenn anders mal klären. Dann bleibe ich halt erstmal am Wasser. Du bist ja auch noch online. Traumi, du doch auch. Du hast ja hervorkommen. Schön, dass du nochmal vorbeischaust. Sachen gibt's. Ja, gerade Kingdom Come Deliverance habe ich ja hauptsächlich unter der Woche und Sonntags gestreamt, was natürlich dazu geführt hat, dass ich jemanden nicht allzu lange streamen konnte. Deswegen nutze ich das jetzt einfach mal aus auf dem Freitag, das Ganze hier etwas länger zu gestalten. Ich arbeite ja auch und überwache Streams. Ah, wie schön. Ich hoffe, du wirst gut entlohnt. Da schwebte das Pferd auch gerade schon wieder in der Luft. Das magische Pferd, was mich nur behindert. Ja, wir wählen wieder ein richtiger Fahrwehrsachen. Soll's natürlich geben. Das Turnier ist schon wieder fehlgeschlagen. Oh nein. Furchtbar. Timeback könnte sich jetzt langsam am Horizont erheben. Traumhafte Musik. Über die habe ich in dem Stream noch gar nicht gesprochen. Deswegen habe ich soeben getan. Das näige wirklich langsam dazu, einfach mal so ein paar Passanten abzuschlachten auf der Straße. War da gerade eine Klappliege? Das interessiert mich nicht genug, um das genauer zu untersuchen. Aber es sah aus wie eine Liege. Ein weiterer Klappstuhl. Wer hat den denn ausgegraben? Ja, jetzt zeigt sich Timeback eigentlich am Horizont. Und was ist das eigentlich schon wieder für ein Blick? Diese Szenerie ist ja Wahnsinn. Ich weiß natürlich nicht, wie genau sie die Landschaftsgestaltung übernommen haben, aber zumindest die Räte sind ja so akkurat wie möglich nach historischen Aufzeichnungen gestaltet worden. Achso, ich war vorhin am Laptop, darum hatte ich wohl andere Farbe als am Handy. Ja, das ist möglich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich musste jetzt im Chat komplett hochscrollen, um zu gucken, welche Farbe das vorhin war. So, und wir werden mal wieder dafür sorgen, dass ich den Weg nicht finde, aber ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. War vorhin grau. Ich vergesse hier alles, alle Nase lang was, und du weißt einfach noch, welche Farbe ein Chat-Up vor drei Stunden hatte. Vor über drei Stunden. Wild, würde ich das nennen.